1, 2, 3 Den müssten wir jetzt noch aufbessern Bogen hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich Die Rüstung müsste natürlich auch aufgebessert werden Deswegen, ich leg mir die jetzt mal hier rein mit Die ist noch nicht fertig, die muss noch Verbessert werden Die Schlitzhacken müsste ich auch mal zusammenschmieden Hatte ich heute einen Ambus, genau Aber ich bin jetzt irgendwie einfach nur die Runde gerannt Ach siehste, stimmt, wir können uns ja Haltbarkeit und Schutz Schutz Schusssicher 3 Das ist eigentlich schon wert, gell? Schusssicher 3 Guck mal, was ich beim Bogen rauskriege Haltbarkeit, Stärke und Schlag Nur Schlag Uh, ah, nur Schlag Schade, 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 schade Haltbarkeit ist auch nicht besonders viel Haltbarkeit, Stärke und Schlag ist auch nichts besonderes Stärke und Haltbarkeit Verbrennen wäre natürlich cool Stärke, Haltbarkeit, ach guck, ich nehme es das So, da habe ich einen Bogen Der ordentlich Damage macht Damals 5 Level noch Auch das ist nicht viel Ich kann den Kaktus noch brennen dann So, die Goldschwerter kommen mal hier rüber Schuhe, Kronen und das kommt mal so Äh, jetzt habe ich noch die 4 Rüstungsteile Brauche ich sonst noch Tränke, könnte ich mir eventuell machen Ich bräuchte Feuerresistenztrank Falls der mich anschießt Einen Stärketrank wäre nicht schlecht Hier sind noch einige Reingefallen Feuerresistenztrank, Stärketrank Geschwindigkeitstrank wäre auch nicht schlecht Wenn ich von dem permanent beschossen werde Dass ich wegrennen kann Ähm, wie sieht es denn hier aus Stein, Stein, Stein Stein, Stein Hier kann dann mal Das rein Das hat es hier unten rein War nicht geplant, aber Hat es Die Level, die ich dadurch kriege Sind natürlich minimal Da bekomme ich, glaube ich Nichts, was mir irgendwie helfen könnte Da muss ich schon wirklich kämpfen Und es wird gerade Nacht Oh, es ist gerade Nacht Deswegen gehe ich auch gleich mal raus Oh Nun muss ich mir vorher eine andere Rüstung machen Weil Diamant ist ja verballert jetzt gerade Das heißt, ich muss eine Eine Eisenrüstung machen Okay, haben wir einen Helm Da haben wir eine Hose Da haben wir Einen Brustpanzer Und da haben wir Schuhe Äh, Quatsch So, anziehen Und normalen Diamant Legt man mal los Und schauen mal, was wir bekommen Ja, für den Der war halt einfach Sowas Oh, was ist das denn Super Das mache ich jetzt nur Um die Gegend nicht zu gefährden Ich hätte es doch überlebt, aber Es ist Ah, diese Explosieren von Creepern Und ich weiß Es gibt den Mod, mit dem man ausschalten kann Das Creeper die Gegend Explodieren lassen Aber andererseits Es gehört auch wieder mit dazu Es ist so ein zweischneidiges Schwert Ne Es ist so ein zweischneidiges Schwert Ich rede jetzt hier voll komisch Wo ist man da? Also zweierlei Einmal bei Stil Alles rennen hier oben? Na klar, die Schienen Was auch sonst Verkloppt der mir die Schienen Ich glaub's nicht Wie viel hier rumrennt? Ach, zum Kotzen Jetzt hat er mir die Schienen Zerkloppt Oh Mann Hm, jetzt werden wir Schienen Ich will schon mal ganz kurz was essen Bevor hier wieder irgendwas auf mich drauf springt Weil ich verliere ganz schön krass Leben Mit der Eisenrüstung Ne, ehrlich hab ich gesehen Wo ist sie? Okay Da ist ein Bogenschützer hinter mir Sieh, jetzt komm ich krieg so bis 20 Level zusammen Und dann werde ich wieder sterben Oder irgendwas Übermütige Creeper sind da sehr beliebt Das ist ja auch ein Creeper rumläuft Alter Schwede Okay, was haben wir da? Zombie Oh, alles Ach du Scheiße Und ne Witch Eieieiei Oh, 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 okay, okay Ich weiß nicht was für uns Ja Ist klar Was hat mich getroffen Das war kein Schadenstrang Jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder auf Peaceful geschalten Heutzutage kann man nicht mehr ohne einen Eimer Milch vor die Tür geben Nicht du Nicht du Nicht du Nicht du Nein, das CT-Paket Nein, das schöne CT-Paket Oh Mann Ich Mentor Jetzt auch schon Wer sich übern. Der Herrlaub im letzten Schlag zu machen Trifst ihn nicht und er spielt genau neben dir Das schöne TNT-Bar geht jetzt weg. Ach, zum Kotzen. Level? Oh, oh, Creeper. Ja, 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 du wirst dich abschießen, ich weiß schon. Hier ist nichts. Oh, hier ist was. Na, Junge, Mädel, irgendwas. Was nochmal du darstellst. Level 18, muss ich mal ganz was essen, bevor ich hier die nächste Order aufsuche. Level 18, sieht gut aus, bis jetzt. Rüstung hat auch noch genug Leben. Also Hecke ist so ein Schuss durch die Hecke, einfach so. Das sind professionelle Bogenschützen, habe ich vergessen zu erwähnen. Das sind hier Skillshot. Skillschützen. Was war das denn gerade? Jetzt hatte ich gerade ein übelst Leck. Aber wir sehen, wir finden auch so den Creepern. Jetzt können wir malen... Es soll so viele verschiedene Boss-Mobs geben. Und ich habe bis jetzt echt nur drei, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht, ob die in verschiedenen Gegenden nur kommen. Es gibt ja das Minerskelett. Ne, habe ich vier gefunden. Das Minerskelett, das Feuerskelett, das Enderskelett haben wir gefunden. Die TNT-Skelette haben wir gefunden. Aber es soll noch viel, viel mehr geben. Okay. Und das wundert mich halt so ein bisschen. Dass wir da noch nicht mehr gefunden haben. Na, na, so und so. Diamantschwert. So, da haben wir eine ausgeleuchtete Höhle. Da haben wir einen ausgeleuchteten Zombie. Da haben wir eine Spinne. Die mich trotzdem wieder trifft. Da haben wir eine Spinne. Da haben wir eine Spinne. Ich denke, mal ein bisschen, um auch zu gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwas finde. Bunte Schafe, finde ich. Von meinen willkürlichen Färbungsaktionen. Wenn ich hier durch den Wald renne und freudestrahlend Schafe anfärbe. Das klingt echt strange, aber es ist so. Ich dachte, was ist das denn für ein Vieh? Oder wäre das einfach nur eine Kuh, die in den Texturpack ein bisschen seltsam aussieht. So. Ui, ist ganz schön unten hier. Es sind wirklich viele erkundet rings und diese Basis haben wir auch noch nicht, gell? Wir sind hier in der Basis wirklich immer noch stets am Fleck geblieben. Wir haben nie wirklich erkundet. Aber zu sind wir zwar schon weiter weg, aber so die nähere Gegend so komplett, kennen wir noch gar nicht. So. So. Wir sind Level 19. Da kann man nochmal gucken, ob man da eventuell schon mal ein bisschen was für die Rüstung bekommt. Schusssicher 3 hört sich schon mal gut an. Dann haben wir schon die Hose geupgradet, das ist nicht schlecht. Oh, wer nennt mit Beinspeinschienen, nennt sich das gerne nicht Hose. Also, Beinschienen. So. Ich guck gerade, ähm, tun wir mal alles, was wir eingese- Das habe ich gerade nen Denkfehler gehabt. Äh, hier, 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 hier. Ja, das war's jetzt nicht. Wir haben noch einen neuen Bogen bekommen, das heißt, wir können unsere mal wieder ein bisschen upgraden. So. Wir haben Gold gefunden. Ein Goldharnisch haben wir gefunden. Und noch einen Goldhelm, umgedreht, aber egal. Und, Leute, das TNT- Ach, ich hab das aufgesammelt noch rechtzeitig. Na, das ist ja Schmiedgörn. Das gefällt mir. Weizenkörner habe ich aufgesammelt, das ist natürlich wunderbar. Wer braucht Weizenkörner? Ich habe zwei Stärketränke mit Auswirkungen, 130%. Ich habe nachtsig Trank unter Wasseratmung, hab ich... Ich hab Stärketränke, das sind Wurftränke. Ach, das sind Wur... Obwohl. Geht ja trotzdem, kann ich ja trotzdem machen. Äh. Ich habe doch unsere Ries-Fisch-Vorräte, Alter. Wir haben so viel Fisch gefangen, weil, also... Da. Ich kann gar nicht sagen, wie... Ja, ungefähr so wird das mit uns enden, glaube ich, wenn wir gegen das... Wenn wir verkennen können, das wird doch wunderschön. Oder so, das sieht auch nicht schlecht aus. So. Obsidian-Bone, Flame-Bone... Was haben wir noch? Wir haben noch Lohnroute... Ach, hier habe ich noch mehr. Okay. Den Trank nehme ich natürlich mal hier rein. Das sieht doch super aus. Ähm. Ja, was mache ich denn? Ich kann jetzt noch mal ganz kurz hier hinten alles raus aus dem Ofen holen. Das wird aber nicht mehr viel sein. Ja, das sind jetzt... Wow, das war ein dreieinhalb Level. Ich bin so begeistert, dass es... Da hat der so viel Sinn gemacht. Habe ich eigentlich... Brauche Pfeile, ne? Problem ist, für Pfeile brauche ich Federn und Federn habe ich nicht viele. Ähm... Moment, wo habe ich die... Ja. Sticks, Federn und Flint. Da wird nicht viel rauskommen. Nicht viel.